ein mimoto laba video selber schuld ich muss was neues einfahren ende november und es geht an die cota syr mir das sind kuh treiber kitebiker werner münchen und mimoto fake news da die jungs straße fahren wollen rally scorpion mt 90 moped mit zügeln maximal höhe 1 meter 20 sonst passe ich nicht rein dafür die zeilzüge funktioniert einwandfrei musste ich ein bisschen was aber jetzt noch die spiegel und fertig bin ich ja 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 ja